Bist du hungrig? Machst du das hier? Was geht ab, Freunde der leichten und ausgewogenen Ernährung? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Salami zu dem TV. Ich bin einfach nur ein Ostdeutscher Aussi mit einem Mordsappetit. Ich stelle die Versuche nach neuen kulinarischen Köstlichkeiten. Nehmen wir der gute Harry hat Fleisch. Und wir wollen mal wieder zu Maccas gehen und mal den Maccafé austesten. Ich will den Schokobrownie mal probieren und den Käsekuchen, den Cheesecake. Genau. Und ihr seid wie immer quasi fast live mit dabei. Hast du noch mal zu sagen? Ja. Das, was ich mache, wird mal die Kameramann, wa? Gute Idee. Oder? Sicher. So, wir machen jetzt einen kleinen Zwischenstopp bei Rewe, Bäcker Thonke. Ich trinke hier wie immer einen großen Kaffee. Stefan, gönnt sich hier eine Latte Macchiata, wa? Ja, einen großen natürlich. Einen großen, ja. Weil du auf meinen Nacken gehst, du Hund. Ja, sicher. Oh, so einen Schokokuchen, Käsekuchen, genau. Den gönnen wir uns mal jetzt. Ich will aber nicht mit Ruf sein. Na klar. Ich habe so ihm gesagt, einen Käsekuchen. Hat er mir drin gemacht. Denn habe ich ihm gesagt, ich möchte einen Schokokuchen. Einen Schokokuchen. Ich nix verstehe. Was habe ich gekriegt? So einen Brauni. Junge. Alter. Kommunikation ist alles. Wir leben in Deutschland. Leute. So. Die Box ist erstmal schön stylisch. Kann man jetzt so sehen? Den Schokokuchen? Ja. Äh, den Käsekuchen. So. Hier ist der Käsekuchen. Mh, yummy. Halt noch nie gegessen. Ich werde mal probieren. Bist du hungrig? Machst du das hier. Mh. Oh, wow. Der Bohnen, der schmeckt echt gut. Oh, wow. Leute, ich habe nur diesen Käsekuchen gegessen. Stefan, hinter der Kamera. Sieht der gut aus? Also, ich würde den essen. Mh. Mh. So. Der hat mich total überzeugt. Der kostet zwar, glaube ich, 3 Euro, sonst ein Stück, aber, ja. Hier haben wir jetzt den Brownie. Ich wollte echt den Schokokuchen, verdammt. Oh. Hier haben wir mal. Mh. Werden wir auch mal ein Naschen hier. Mh. Mh. Der sagt mir jetzt nicht so zu. Mh. Der ist sehr schokoladig. Mh. Naja, ne. Der sagt mir jetzt nicht so zu. Und dann. Haben wir hier. Den, wie heißt der? Long Chicken? Der Classic. Der Classic Long Chicken, genau. So. Jeder kennt den ja. Den habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Freunde. Dann würde ich sagen, bist du hungrig? Machst du das hier. Mhm. Na, auf den ist Verlass. Also hat sich nichts geändert? Nö. Den kann man hier instant rein rendern. Dann geht mal los und holen wir noch drei. Das kann man. Mhm. Das ist ein solider Burger. Der ist solide. Ohne Chichi, ohne alles. Genau. Die Leute, die jetzt am Kaufland hart am Arbeiten. Mh. Das kann man nicht falsch machen. Was darf man? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Standard Spruch. Standard Spruch. Gut, Leute. Mein Fazit. Der Käsekuchen. Richtig geil. Hab man diesen Käsekuchen essen. Der Brownie, leider ja nicht so mein Fall, weil zu hart, zu trocken, ein bisschen zu Schokolade. Der geht ja schon leicht ins Bittere. Ist da nicht so was Weiche drin? Nein, absolut nicht. Und der Classic Chicken hier, den kann man sich auch. Das ist ein schöner Burger. Gut, Freunde. Alles klar. Dann danke ich euch für das Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mein Name ist Salami TV. Ihr wisst Bescheid. Tschüss.